liebe leute wie geht es euch ich weiß es geht jetzt nicht um thailand es geht auch nicht um irgendwelche währung thai bat oder sonstigen so was es geht um georgia meloni da ich gesehen habe dass diverse fake news publiziert worden sind auch bei youtube wo die aussage gemalt worden ist dass italien austreten möchte besser gesagt dass die georgia meloni das behauptet hatte dass sie austritt aus der eu und das stimmt leider eben nicht und zwar geht es da um folgendes ich lese euch mal das vor tatsächlich hat eben die meloni während ihrer wahlkampagne mehrfach den harten kurs der europäischen union kritisiert und angedeutet dass italiens interesse stärker vertreten wolle in der phase bevor sie zur präsidentin gewählt wurde hat sie die unabhängigkeit italiens betont und massnahmen gefordert sie hat das wirklich laut geschrien die das land wieder mehr entscheidungsfreiheit ermöglichen sollen diese aussage wurde jedoch fälschlicherweise als eine art eu exit oder ital exit ansage gedeutet und in den medien hoch gespielt doch in der realität sieht es eben anders aus als meloni amt war machte sie deutlich dass sie nicht an einem austritt aus der eu interessiert ist stattdessen sucht sie das gespräch mit den führenden eu-politiker darunter ursula von der leyen und setzte auf diplomatie und zusammenarbeit und umarmung und küssen und ja ihr wisst ja schon wie das so läuft naja die georgia moveloni wurde tatsächlich nur von 13,6 prozent der italiener gewählt was bedeutet dass fast 87 prozent der italiener sie gar nicht gewählt hat dieser geringer stimmenanteil zeigt dass sie keine absolute mehrheit hat und somit ihre handlungen stets im kontext der koalationsdynamik und den allgemeinen interessen italien in europa sehen muss dies hat dazu geführt dass meloni auf kompromisse angewiesen ist und eine realistische wenn auch pragmatischen kurs in der europapolitik einschlägt seit ihrer amtsübernahme hat meloni wiederholt betont dass italien ein wichtiger bestandteil ist der eu und auch bleiben wird der schulter schluss mit ursula von der leyen zeigt dass meloni in ihrem politischen handeln die enge zusammenarbeit mit der eu priorisiert um italien position und einfluss innerhalb der union zu stärken also wie gesagt es ist eine totale fake news also die meloni hat kein ital exit im sinn und wird es auch nicht machen sie hat das dazu mal gesagt in der wahlkampagne also nicht nur dass sie hat vieles gesagt in der wahlkampagne und seit sie präsidentin ist von italien hat sie nichts eingehalten von dem was sie überhaupt da proklamiert hat also von dem her gesehen ich kann das bestätigen ist eine fake news und somit können wir dieses thema abschliessen es gibt aber eine gute nachricht und zwar eben bezüglich vw volkswagen ist einer der grössten investoren in china unter den internationalen autoherstellern das unternehmen ist schon seit 1980 im chinesischen markt aktiv und hat das land zu einem sehr wichtigen absatzmarkt und hat das land zu einer seiner wichtigsten absatzmärkte entwickelt heute ist china nicht nur der größte absatzmarkt für vw sondern auch ein wichtiger produktionsstandort und dann haben wir es vw hat in china mehrere joint venture mit lokalen partnern wie zeit motor und fw group die eine bedeutende rolle in der fahrzeugproduktion und dem verkauf spielen das unternehmen hat in den letzten jahren verstärkt in die entwicklung von elektrofahrzeugen und digitale dienstleistungen in china investiert um auf die steigende nachfrage und die regierungsvorgaben für elektrofahrzeuge zu reagieren zusätzlich hat vw ein großes technologie zentrum in china und arbeitet eng mit chinesischen technologieunternehmen zusammen um seine position im bereich vernetzter und autonomer fahrzeuge zu stärken und noch eine beruhigungsbühle obendrauf in den letzten fünf jahren hat vw in deutschland umfangreiche staatliche subventionen erhalten insbesondere durch programme zur förderung von elektrofahrzeugen und zur unterstützung in krisenzeiten wie der kovid pandemie zusammen mit anderen großen deutschen konzernen erhielt vw dabei einen beachtlichen teil der gesamten 35 milliarden euro die zwischen 2016 und 2023 an die größten deutschen dax unternehmen flossen besonders in den letzten jahren hat sich die subvention summe aufgrund zusätzlicher mittel für klimaschutz und transformation erhöht wobei im jahr 2023 allein etwa 10,7 milliarden euro an dax konzerne ausgezahlt wurde naja und das ist eben jetzt das dankeschön von vw und sie wussten natürlich wie diese milliarden einzusetzen sind nämlich in china und nicht in deutschland und wer bezahlt dafür wiederum das volk diese narration von diesen elektrofahrzeugen und subventionen und greenwashing sollte damit endlich mal dem volk bestätigt sein dass das ganze so gewollt ist und zwar von anfang an ich weiß nicht was deine meinung dazu ist das würde mich natürlich interessieren und wir sehen uns dann im nächsten video wieder vielen dank tschüss